Wie weit sind die denn weg? Kann mir das anders sagen? Zu weit wahrscheinlich wieder. Ich mach mal einen Test. Ja, aber wie soll es die Bäume sehen? Überlegen vielleicht zur Straße runter quasi. Er hat Zwiebel auch ein bisschen Deckung mit dem Wagen halt. Oh, ich weiß jetzt nicht wo die gelandet ist. Meine Granaten. Oh, da seh ich ja was. Ach, jetzt liegst du genau hier. Ich wollte gerade meine Granatenreichweiten testen. So böser, böser Mensch. Ach, das war zu kurz. Das war wohl die Artillerie. Warte, das stimmt noch. Was ist denn das für dreckige Leichenstände? Ja, wir spawnen mal neu. Das war ja so. Das war ein bisschen viel auf einmal, glaube ich. Das kam unerwartet. Jupp. Müssen wir gucken, wo wir in der Nähe vom Fianturi abspringen. Wenn das denn geschafft hat. Ja, er lebt noch. Rettung naht. Das sind voll die Leichenstände. Der Tiger hat im Moment auf deine Leiche geschaffen. Ja, ich bin so schwer, so ein tolles Ziel. Haben sie sich gedacht, komm, machen wir mal. Öfters. Das fängt schon wieder scheiße an hier. Ich bin schon wieder voll der Kugelfang. Hör auf, Kugeln zu fangen. Ich fang die mit in zehn. Ich bin Chuck Norris für Arme. Das will ich sehen. Ja, ich komm jetzt zu dir, dann zeig ich dir das. Alles klar. Mir hätte gerade auch ein Sanitäter nicht mehr helfen können, glaube ich. Der hätte Einzelteile sammeln dürfen. Ah, bisschen Ducktape, dann geht das. Hau ich nicht bei. Was hast du, was hast du, was hast du eigentlich an? Ach, geht schon wieder los, scheiße. Ich werd verrückt. Ich hoffe, dass mir jetzt einer wieder überlebt. Trevor! Nein, ne? Ne, ne? Was machst du wohl nicht hinter mir? So ein Pfeife. Probiert's mal. Da bin ich mal gespannt. Ich bleibe jetzt hinter diesem Holzfall liegen. Einfach nur, weil ich mich hier fühle. Ja, ich hab hier gerade einen kleinen Verletzten. Ich guck jetzt nicht auf die Karte und rate einfach nur blind hinein, das ist Zwiebel. Ah, wie denn? Wenn ich mit dir rede? Ja, was weiß ich. Das sind Optimisten hier. So. Er hat doch die Atelier meiner Hölle heiß gemacht. Ich hoffe, das war's für das Erste. Danke, ciao.